Stefan Mross und Anna-Karina Wolczak gelten als Schlagertraumpaar Bei den Schlager-Champions 2021 in der ARD sorgen sie für eine emotionale Überraschung.Leipzig In der Sendung Adventsfeste 100.000 Lichter im Jahr 2019 sorgte Stefan Mross für die größte Schlagerüberraschung des Jahres, er machte seiner Freundin Anna-Karina Wolczak live einen Heiratsantrag. Es folgte eine echte Traumhochzeit im Jahr 2020, trotz der Schwierigkeiten der Corona-Pandemie. Die beiden zogen gemeinsam in einen Wohnwagen ein. Schlager-Champions 2021, ARD Stefan Mross bekommt Überraschung von seiner Frau.Diesen Überraschungsmoment wollte die Schlagersängerin ihrem Mann nun zurückgeben. In der ARD-Sendung Schlager-Champions trat sie gemeinsam mit Stefan Mross im Duett auf. Im Gespräch danach erklärt Moderator Florian Silbereisen, ich halte es jetzt nicht mehr länger aus, ich muss dir etwas gestehen. Deine Frau Da muss Stefan lachen, ja, ich hab's in der Zeitung schon gelesen, witzelt er. Nein, sagt Florian Silbereisen. Er bleibt ernst. Deine Frau hat dir etwas verheimlicht. Sie hat nämlich heimlich, hinter deinem Rücken, ganz oft mit unserem Team telefoniert. Schlager-Champions 2021, ARD Stefan Mross versucht, die Tränen zurückzuhalten.emotional erzählt Anna-Karina Wojczak Du unterstützt mich jede Sekunde und jeden Moment, nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat. Nach über 30 Jahren auf der Bühne habe er das erste Mal ein Lied selber geschrieben. Und genau das hat Anna-Karina Wojczak nun in einer langsameren Version dabei. Am Klavier spielen singt sie es ihrem Mann vor. Stefan Mross ist sichtlich gerührt. Während des Auftrittes hat er große Mühe, die Tränen zurückzuhalten und beißt sich auf die Lippe. Schlager-Champions 2021, ARD Stefan Mross, es ist unfassbar schön. Ich habe das nur mit einem Demo verbunden, habe es einfach mal probiert, erzählt Stefan Mross über den Ursprung seines eigenen Songs, den er auf einer Autofahrt geschrieben hat. Ursprünglich wurde er in einer viel schnelleren Version aufgenommen. Aber wenn man das jetzt so sieht. Es ist fertig, kann Stefan Mross es kaum fassen. Es ist unfassbar schön, findet Stefan Mross und auch Anna-Karina strahlt. Überraschung gelungen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017